so freunde nachdem wir das letzte mal ja dieses komische diesen komischen algorithmus was auch immer diese dieses dings da hatten geht es jetzt mal hier weiter mit der story bei valhalla und da bin ich echt gespannt wo uns das jetzt alles hinführt okay was liegt hier noch obergeschoss ist noch unsicher wir holen die dort verwahrten schriftrollen wenn die schäden proben sich an das heißt aber waren wir doch schon ich höre jemand hier nicht schon der waren wir schon aber egal plündern kann man immer ja ich glaube hier finden wir jetzt erstmal nichts mehr dann gehen wir hier rein hallo durchsuche das möglich möglich okay schmilzt dies für mich ein falls nötig werde ich mehr beschaffen mein weib darf nichts davon erfahren hier was denn bitte aber gut so war das damals ja dahinter guck doch mal dahinter ist doch was genau zieht den mal vor sehr gut und jetzt einfach mal dahinter klettern oder halt noch weiter vorziehen und ich weiß nicht sieht aus wie zum gemeinschaftsraum von gryffindor nicht den die farben also deute aber hier jetzt noch irgendwas aber hier ist auch noch was simila zu dem one i found in the sewers the steel you took from the needles hand you don't think someone could have stolen it let's keep searching a list what yorvik needs for the yultide feast that is out on hand writing items have been struck out why did you find the funds to make this larger purchase out on is a well connected ja wundervoll kann mir gucken mal ein paar mal rein hey ach auch noch mit brettern von da wie konnte man denn da na egal okay irgendwas war gerade wundervoll was 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 it is likely the wine for the yuletide feast do you think one of the council means to kill someone looks that way looks that way looks that way looks that way it is not him not my your he would never do this keep your focus once we have all the facts then we can worry about your right now we need to get to the yuletide feast the people are in danger you're right the roman amphitheater let us go klar los geht's auf zum amphitheater coole sache das ging ja jetzt schnell begib dich zum ort des yulfestes da drüben ist gar nicht weit weg das ist halt das coole wenn man auch vorher so ein bisschen die stadt absucht dann kennt man sich etwas aus so 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 okay leute dann fragen wir sie mal daravid gut ist logisch dass man da trinkt doch kein wein oder gerade so ein alter wick genau all them it seems you have found the funds to go ahead for the feast after all you must be elated that is putting it lightly look at it i could not have asked for a better turnout soon the feast will begin and these people will be given everything they deserve we should honor you i will fetch you some wine no 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 i mustn't indulge the wine is for the people of jorvik but when it arrives do help yourself okay der ist komisch ja der war schon sehr eigenartig drauf jo who was that there you are i was beginning to worry worry not we have tracked the vault here he is someone on the council you are certain i am once i discover who i will dig my blade into his heart and end this for good until then it is important that i investigate without racing suspicion i need your help of course what do you need me to do drink yourself into a drunken fit what why i need a distraction keep their eyes off of me the wine should arrive soon drink three full cups then make a scene i can't be seen doing that you will have to find another way just do it hmm i will have the silver ready okay thank you ah come to join the feast have you i have some bad news the wine for the feast has spoiled of course it has why would i expect differently i'll have my men dump it there may be more wine in my private stores i'll send a man to retrieve it is there anything else that is all enjoy the feast i shall try of course ne wenigstens wird der wein zerstört vielleicht ne ach das muss echt das muss ich selber entscheiden also der zweite der typ der kam ja hier ist es beschiss vor der hat sich schon sehr komisch benommen auch so dieses das volk bekommt was es verdient und sowas ist wie hieß der gut wie heißt ne der war's nicht ach man ach man ach man verdammt ich hätte mir mal die namen merken müssen ist der audun ich höre es ist nicht Ah ich glaube das war er ich glaube das war er ja geld oh Ich glaube, ich habe recht, oder? Ja, war der richtige Name. Gut. Oh, die trinken alle schon Wein. Oh, ha. Oh, okay. Oh. Oh, okay. Ähm, okay. Ach, komm. Hab ich ihn getroffen? Hab ich ihn getroffen? Ey. Nichts da. Wo will denn der hin? Bleibst du hier? Ey, warum rennt denn der? Vor allem, warum kann ich ihn nicht treffen? Ha! Ey, das ging schnell. Ach, nö. Hallo, kannst du dich mal löschen? Ah. Okay, okay, okay. Das war gut. Was sind denn das für Leute, die der hat? Mal ehrlich. Und du? Komm. Nochmal. Boom. Also, die meisten kriege ich so. Wow. Oh, das war krass. Das war krass. Ey, das hat den nicht getroffen. Aber den. Eigentlich wollte ich auch nur glündern. Au. So nicht. Der Leber. Dort glaube ich der letzte. Okay, Leute. Ne, war es nicht. Oder doch. Hey, sind nicht meine Leute? Cool. Ah. Haben. Er. Sieht. Schön. Der Leber. Sieht. Sieht. Wir verlassen. Wir haben. Wir haben. Wir haben zurückfe Dienstierung. Wir wenden. Sieh, wir haben. Schoen. Wir haben unsere Brusten. Wollen. Wir haben gemeint. Wir haben. Wir haben unsere Rakuten. Aufs Bucket. Wollen. Ja, ihr seid hier. Wollen. Ihr seid. Wir haben keineuben. Wir haben ja. 9 Wurls in the tree, no, 9 x 9,000 Wurls, and as many sons. 9 Nights I hung in the tree, sacrificing myself to myself. So does the wise one seek wisdom. 10 Nights I hung in the tree, no, 9,000 Wurls, and as many sons. 10 Nights I hung in the tree, no, 9,000 Wurls, and as many sons. 10 Nights I hung in the tree, no, 9,000 Wurls, and as many sons. Okay, that was just relatively. Where are these now? Die sollte die ja in Sicherheit bringen. Mal gucken, die finden wir schon. Ich denke mal auf jeden Fall hier raus. Hey, chill mal, ich hab... Okay, eigentlich hab ich niemanden gerettet. Wir wussten, dass der Wein vergiftet war. Ich hatte das dem Typ auch gesagt, aber... Anscheinend hat er den nicht... ...vernichten. Das mit da drin ist so ein... Drinks? Ne. Okay, wo ist sie denn? Von irgendwo, okay. Das ist das Gute an Zünen. Zeigt uns genau, wo wir suchen müssen. Hey, Kollege. Na. Ja. Okay. Dankeschön. Okay. Dankeschön. Ihr wisst schon wen. Okay. Auf zur Kammer. Auf in der Königshalle. So, da sind wir angekommen bei der Königlichen Halle. Mal sehen, was er jetzt zu sagen hat. Oh shit. I don't care. I want answers. Calm, Lord Reesha. Auðinn is dead. That doesn't calm me. I wanted to rip the bastard spine out myself. You want to calm me? Start talking. Auðinn aligned himself to a secret group that was plotting to overtake Jovik. He had help from two others. Grigori the Dark Master and Ingeborg the Abyss. And you Eivor? You were after these conspirators from the moment you arrive? Yes. Though I could not let it be known. This group can reach any person. Permeate the walls of any city. Much like the worms of a spoiled apple. They would have eaten Jovik from the inside out if we let them. But you stopped that from happening. We owe you a debt of gratitude. You can be sure Haft and Jarl will hear of this. If the threat is gone, then you have my gratitude as well. I'm alive today. And so are many others because of you. I'd like to name you an honorary High Reeve of Jovik Eivor. Would you accept? It has a nice sound to it. You honor me, Lord. You have earned it. Then if I may, a hoard of silver is left unaccounted for in the grottoes beneath these streets. That's right. Silver, the dockmaster was collecting. What do you propose we do with it? Ähm. Händlern? Welchen Händlern? Krieg und... Ne. Hard-working merchants were robbed of their wares. Honor Yuletide by giving the silver back to the honest citizens of Jovik. A wise suggestion. I agree. Fine. I will see to it that Yor distributes the silver evenly. Come Faravid. Help me secure this hoard. I could use a bloody walk. Very good. War, denke ich, die richtige Entscheidung. We have a saying in Vyarmia. Only the dead get to complain. And we're still living. I could master a few complaints about the king and the treasury. But I shall forbear. You did it, Eivor. We did. It may be we were the recipe to keep Norway from Harold all along. We still can be. No. Norway is behind me now. And the rest of England ahead. That said, I must be going. Wait. Should you ever need us, we will come. There's a soup on it. One last thing. The soup on your desk here. It planted a seed of doubt in my mind. So I must know. What is it for? I suppose I can't forgo the element of surprise. I hired a silversmith to craft a love token for Lufina. A Yuletide gift. You sneak. I will take my lead before you shame the throne. Until our path cross again, old friend. In this world or the next. Sehr gut, da haben wir ein weiteres Land hinter uns. Aber was mich jetzt so ein bisschen aufhorchen hat, Lars. Ähm. Im Deutschen sagen wir alle England. Steht auch unten drin. Aber im Englischen hat er England gesagt. Glaube ich. Oder das La wurde verschluckt. Weiß es nicht. Keine Ahnung. So. Was wir allerdings immer noch nicht haben. Sind hier diese Barren. Und ich. Irgendwo muss der Schlüssel dafür sein. Den gilt es natürlich noch zu finden. Naja das. Da zeigt sich auch die Barren an. Das ist ja. Äh. In so ne Truhe. Jetzt nur die Frage. Können wir Sühnen da wirklich helfen? Den Schlüssel zu finden? Findet mal er. Da ist eine Fähigkeit hinten. Ist das auch das einzige an Reichtum, was uns hier noch fehlt? So. Oh. Ein Hund. Hallo. Komm mit rein. So. Das ist die Truhe. Schaut mal. Da sind ja drei Schlüssel dran. Oh. Nö. Ach. Ein Schlüssel für jedes Thronenschloss. Verdammt. Drei. Ja deshalb drei Punkte. Brüder und Rob. Ah Leute. Ich glaube. Das sind ja Kultisten. Das steht ja auch da drin. Ich glaube die kriegen wir von Kultisten. Die Schlüssel. Und dann erst können wir uns hier den letzten Reichtum holen. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Dann lass uns mal noch schnell nach Hefnadrop zurück. Ey Tam. Robensziegel. Okay. Davon geht's rein. Können wir ihn ja gleich mal geben. Ich bin dankbar, dass Basim zurückgekommen hat. Es ist so viel mehr, was ich von ihm lerne. Jovic ist jetzt frei von der Ordensinfluenz. So großartig, mein Freund. Danke für alles, was du getan hast. Okay. 12. Sechs Obensziegel. Hey. Das markt weniger Mitglieder der Ordensinfluenz. Es gibt mir die Freude, diese von dir zu nehmen. Als Token meiner lieblichen Gratitude. Ich will, dass du das haben möchtest. Uh. Nice. Was macht der? Sengender Ferneangriff. Und sengender Schlag. Wow. Nice. Auf die zwei mal nehmen. Ich glaube, dieser Sengende schlagt erst gut. Komm. Machen wir auf die drei. So. Damit wir das auch nutzen. Sehr cool. Also da bekommt man jetzt also auch Fähigkeiten. Gut zu wissen. Schnell zur Randvieh. Hallo. Oh. 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 Perfekt. Geschafft. 400 Silber. Nicht schlecht. Kein schlechter Lohn. Oh. Ein neues Territorium ist verfügbar um ein Bündnis. Uh. Leute. Da eröffnen sich neue Möglichkeiten. Aber damit starten wir dann das nächste Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin, Leute. Macht's gut. Und tschüss.